Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ralf Schütt und im heutigen Video geht es um das folgende Thema. Hallo und herzlich willkommen zur Geldschau. Heute bin ich alleine im Studio und ich habe Ihnen ein paar Zitate rausgesucht, die Sie vielleicht ein bisschen nachdenklich machen, die Ihnen vielleicht die Augen öffnen und die Ihnen ein paar Hintergrundinformationen geben und heute möchte ich ein paar Zitate zum Thema Geld und Banken mit Ihnen teilen. Ein tolles Zitat brachte damals Henry Ford, der sagte, wortwörtliches Zitat, Sie wollen einen Kredit? Zeigen Sie uns, dass Sie ihn nicht benötigen und Sie bekommen ihn. Wörtliches Zitat Henry Ford. Noch ein ganz tolles von einem deutschen Banker, einem Privatbankier, wörtliches Zitat. Als erstes im Bankgeschäft lernt man den Respekt vor Nullen. Das kann man jetzt so oder so auslegen. So, Klammer auf. Der berühmte Berliner Bankier Karl Fürstenberg hatte Recht. Es ist herrlich, in Nullen zu baden, wenn es sich um schwarze Nullen handelt, die sich hinter einer bescheidenen Eins versammeln. Sagen wir um sechs Nullen, dann sind wir Millionär. Oder ganz zeitgemäß um neun Nullen, dann sind wir Milliardär. Das sind wirklich liebenswürdige, runde Dinger, diese Nullen. Respekt. Und wer mit dem Sammeln einmal angefangen hat, der will gar nicht mehr aufhören. So, das Karl Fürstenberg. Und das mit den sechs Nullen, das habe ich mit einem Kunden schon praktiziert. Dieses Buch ist jetzt seit Ende Oktober auf Amazon erhältlich. Geheimnis vom Volkshochschüler zum Millionär. Und in diesem Buch schildere ich die letzten 15 Jahre der Zusammenarbeit mit einem ganz lieben Kunden von mir. Hat auch ein bisschen bei dem Buch bei ihm mitgeholfen. Im Buch nenne ich ihn einfach Tim. Und schildert seinen Werdegang seit 1999 bis ins Jahr 2014. Deswegen, wenn Sie Lust haben, bestellen Sie es. Bestellen Sie es jetzt. Link ist unten eingeblendet. Kostet aktuell 89 beziehungsweise ab 1. Januar 2015 15 99 Cent. Attacke jetzt bestellen. Sie können nur was lernen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und vielen Dank bei dieser Ausgabe der Geldschau. Und bis zum nächsten Mal, wenn ich wieder ein paar spannende Zitate für Sie habe. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis dann. Tschüss, tschüss. Ihr Ralf Schütt. Ciao. Baufinanzierung. Schütt. Untertitelung. Schütt. Ja. Tschüss. Schütt. Genie. Schütt. Sarah. Schütt. Vielen Dank.